Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit Mimigalack am Anfang, das ist immer gut. Oh, gleich mal ein neues Kapitel. Okay, im letzten Part haben wir uns verarschen lassen von Wheatley, er wollte uns voll killen. Aber wir sind dem Glück entkommen, immer wieder. Scheinten bei Wheatley ein bisschen zu blöd uns zu killen. Und ich will jetzt gucken, wie's weitergeht. Ich hab immer noch die Vermutung, dass das Spiel wirklich bald dem Ende zugeht. Aber ich weiß es nicht. Ne? Irgendwie spackt die Framerate total rum gerade. Ein Stampf wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage, das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich, dann zehn Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird und dann töte ich ihn. Von den Robotern angeschrien? Von den Turtles oder was? Das wär cool. Okay, da kann man wirklich Portale setzen. Das bringt mir gar nicht mal so viel. Gut, ich hab aber schon knapp gesehen und... Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Okay. Ist ja toll, wenn man das so machen kann, ne? Aber mir ist nicht so ganz klar, was das soll. Hä? Hä? Wie doof. Ich drücke ihn aber nochmal. Hä? Ähm... Meine Nase spattelt ich wiederum. Ja, aber... What? Das ist merkwürdig jetzt. Ist hier irgendwas? Ne, ne? Ne, von da kamen wir gerade. Äh... 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 Es ist schön, wenn ich da was in die Luft spüren kann. Sprengen kann, wie du gesagt hast. Sprengen kann, aber ich... Äh? Ich verstehe nur den Sinn dahinter, nicht so ganz. Ich kann hier aber auch nirgendwo mich hinporten. Wie doof. Ist hier noch irgendwas? Oh, hab ich nochmal gedrückt gerade? Tatsächlich. Ach, guck mal. Ah, ich kann mich hier ducken. Oh. Voll versteckt. Okay, wartet. Ach, guck mal. Es geht auch hier durch. Oh, hab ich... Ich dachte, hier wäre auch Glas. Wo hab ich hier? Das sah eben so aus. Ja gut, ähm... Wo wollen wir denn Bomben setzen? Da. Dass das da aufplatzt. Am besten. Also da hin. Und... Da hin. Und drücken. Und angucken. Cool. Okay. Ähm... Ach so, jetzt können wir da hinten hin einfach gehen, ne? Genau. Zack. Ups. Das war verwirrend. Und vor allen Dingen brechen meine Frames wieder ein wie so ein... Was weiß ich. Das nervt. Hatte ich ja beim Mass Effect jetzt auch das öfter Rennen, ne? Hm. Mass Effect 3 hab ich jetzt schon komplett aufgenommen. Hab ich jetzt schon gesagt, ne? Ach ja. Ach ja. Was ein schönes Spiel. Na gut. Also wir sehen das cool und kürzen jetzt ab. Geht nicht. Okay. Aber kann ich hier nicht abkürzen. Das ist doch doof. Dann eben nicht. Okay. Fließband. Fließbänder sind cool. Fließbänder sind toll. Bringen aber trotzdem nicht so viel. Super. Da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Schlägl loswerden. Oha. Das hätte ich jetzt nicht bemügt. Ey, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin auf die Kante springen, wenn ich jetzt komisch irgendwie abgerutscht und bin irgendwie irgendwie voll da rein und sammatscht worden. Schön. Aber gut. Ich mach aber gleich nochmal, nachdem ich mir die Augenbraue gekratzt habe. Weshalb auch gerade eine gute Pause war. Mitlaufen. Und Fließband geht an und... So. Ich will sein Bildschirm kaputt machen. Außerdem kommst du allmählich meinen Versteck gefährlich nahe. Versteck. Jetzt hab ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht... Okay, das fass ich dann mal als Nein auf. Schön, dann also. Möge der bessere gewinnen. Möge der bessere Roboter gewinnen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hab, kriegt man in... Wenn man Errungenschaft, wenn man in jedem seiner Räume so diesen Bildschirm kaputt macht. Eigentlich ganz cool ist... E-Stack wollte ich schon so sagen. Cool Errungenschaft. Äh. Wo will ich denn was in die Luft sprengen? Da. Ähm. Ah, so. Das wollte ich doch. Einem ist ja auf das Fließband was drauf, wa? Hm. Na gut. Haha. Bliegt da vor rein. Ähm. Meine spontane Idee wäre jetzt, dass wir... So da durchgehen. Ich hoffe jetzt mal, ich kann auf dem Fließband laufen. Ganz langsam. Was macht ihr heute also? Ach ja, kann ich auf die Kante irgendwie? Nö. Aua. Ey. Unsichtbare Wand. Boah. 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 Doofes Spiel. Na gut, ähm. Gibt es vielleicht noch Alternativen? Wo wir was in die Luft ballern können. Ich hab halt irgendwie das Gefühl... ...dass es andersrum hätte sein müssen, dass es so raus spritzt, da rauf, damit wir rüberrennen können oder so. Ich versuch mal was. What? Was? Hallo. Was? 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 zoomen wir denn nicht mal? So. Jetzt vielleicht. Die sind gerade aneinander gestoßen. Oh, nicht schlecht. Äh, nee, du. Das ist, äh... Ach, Moment, vielleicht. Ah, vielleicht wirklich? Ist es da rein spritzt? Ach, natürlich. Ach, jetzt habe ich Falschportal gesetzt. Ah, mhm. Ah, oh, ah, okay. Dann ist ja alles klar. Juhu. Und hier explodieren gleich Sachen. Das ist unglaublich. Vor allen Dingen war da. Ach, was. Weiß ich nicht. Was hätte ich mich da eigentlich rausschießen müssen, war? So, gut. Und raus, naja, egal. Bei Porti gibt es immer alternative Lösungen. So, und ich will mal gerade kurz was gucken. Ähm. Alles klar. Äh, ich habe nämlich gerade keine Uhr hier liegen. Ich gucke jetzt normalerweise mal auf die Uhr meines Receivers. Allerdings ist mein Ziel-Receiver gerade ausgesteckt. Weil ich ein weiteres, ein reitenden Stecker brauchte. Deswegen muss ich jetzt gerade mal auf die Steam-Uhr gucken. Also auf die Uhr. Ich habe 28, glaube ich, angefangen. Das heißt, wir haben noch 10 Minuten. Ist doch super. So. Hier können wir ein Portal setzen. Wenn ich da jetzt durchgehe, dann ist alles... Verarschen! Ich habe heute nur durchgucken. Meine Güte. Nimm es doch nicht gleich so ernst, Spiel. Hä, hä. Äh. Hm. Oh, nee. Sowas wieder. Will ich da denn überhaupt hin? Wo komme ich denn da hin? Weiß ich nicht. Ich gehe erstmal hier rein. Hm. Merkwürdig. Verstehe nicht. Ähm. Ich kann gerade mal was versuchen. Ah, okay. Ich glaube, ich habe schon das Rätsel zur Lösung gerade. Wenn wir einfach mal so machen wieder. Dass das da durch... Blöder blöder blöde. Wenn wir dann so machen. Hahaha. Gut. Ähm. Das haben wir schon mal. Ist meine Idee. Einfach da, dass wir das reinfahren können. Das hat schon mal geklappt. Nur frage ich mich gerade, was mir das bringen soll. Weil da hinten ist irgendwie nichts. Doch. Das ist ein Steg. Habe ich eben gar nicht gesehen. Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Natürlich verklau. Verklau. Und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang stimmen. Doch nun führe ich die Stimme eines Gewissens. Und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ganz im Ernst. Ich glaube, etwas stimmt nicht mit mir. Wird die Glada ist doch noch gut. So richtig gut. Das wäre cool. Das wäre cool. Alles kaputt. Hm. Ich mag diese Dinger. Das bedeutet immer, dass das Rätsel vorbei ist. Naja. Zack, zack. Ui. Wat ein Rätsel. Sollte wahrscheinlich nochmal zeigen, dass man auch durch Gitter schießen kann. Hm. Wow, was ein Rätsel. Oh. Ganz viele kleine Whitley's. Interessant. Willst du jetzt irgendwie was damit machen? Okay. Wieder kurz auf die Uhr gucken. Geht er... Warte mal. Geht automatisch das Menü an. Sehr cool. Okay. Schieß mich an, ich bring mich hoch. Letzt du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit dem Selbstabliegen. Rache. Du wirst dich doch rächen. Jeder will Rache. Also los. Rächen wir uns. Ah. Willkommen. In meinem Verständnis. Freunde. Die Anzeige da oben stimmt. Zerstört sich das Gebäude in etwa sechs Minuten selbst. Ach du Scheiße. Das war komplett. Ich bin ziemlich sicher. Whitley. Mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nichts, muss ich dich in jedem Fall töten. Ist das jetzt ein Boss hier oder was? Dafür brauche ich drei Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch zwei Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auch Band, wie du sie getötet hast und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender Vierstufenplan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt zu viertens, bomben, um dich zu bewerben. Oh, cool. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen dir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Okay. Oh je 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 je, gar nicht gesehen gerade. Oh, wie in Portal 1. Alter. Der kam jetzt unerwartet, der Boss. Einfach so. Ich glaube, das ist der Endboss. Kann das sein? Doch, gut. Meinetwegen. Ey, Freunde, das ist dann... What the fuck? Ich nehme das hier gerade auf dem letzten Drücker auf. Muss ich mal anmerken, ne? Auf dem letzten Drücker. Hm, Freunde, es würde mir persönlich jetzt sehr viel besser passen, wenn ich die Folge jetzt schon beende. Es ist zwar ein bisschen früh, ich weiß, aber... Ähm, ja, diese Folge muss ich dann heute noch hochladen. Ja, ich nehme das auf dem letzten Drücker auf, wenn ich morgens schon veröffentlicht. Und ich habe noch gar kein neues Let's Play. Muss ja dann auch gleich weitergehen, ne? Hm. Freunde, mir wird das sehr viel besser passen, wenn im nächsten Part erst Endboss ist, okay? Ist das in Ordnung? Ich entschuldige mich dafür auch ganz doll, wenn der Part jetzt ein bisschen kürzer ist. Wir können ja noch ein bisschen was machen. Wir können ja die Errungenschaften mal angucken. La la la. Hm, hm, hm. Können wir wirklich mal machen, das ist cool. Dann kommt das im nächsten Part, okay? Hm. Na schön. Ähm. Weckruf. Haben wir. Du Monster. Haben wir. Hitzewelle, nachdem wir wieder haben, das ist so unwichtig. Ich will mal gucken, welche noch fehlen. Mondsüchtig. Sanft abgelegt. Zeitraber. Sanft abgelegt, das wollte ich eigentlich nochmal versuchen, ne? Hm, hm. Geheimzeichen. Da hab ich mal, äh, das hab ich lustigerweise mal im Internet nachgeguckt, wie das geht. Und wir haben einmal, ähm, hat Gladys uns noch mit sämtlichen Gegenständen beworfen. Und da war auch so ein Radio bei. Das musste man nehmen und zu einer bestimmten Stelle bringen. Wie in Portail 1, wo es gab es dafür auch eine Errungenschaft, die ich sogar habe. Hm, hm. Finde ein verborgenes Porträt. Das hat Miso gekriegt, das hab ich gesehen. Ich weiß nicht, wo das war. Naja. Zu grad. Elf Monitore. Ah ja, okay, das ist die Errungenschaft. Guck. Da hätte ich alle seine Bildschirme kaputt machen müssen. Oh, Coop. Coop. Coop-Modus. Da freu ich mich schon drauf. Das wird übrigens da nicht gleich im Anschluss kommen, ne? An dieser Stelle mal angemerkt. Wir haben da auch noch gar nichts aufgenommen oder so. Das ist der Ärger. Naja. Interessante Errungenschaften, ne? Gut, Freunde. Wie spät haben wir es denn jetzt? 6. Komm, das geht. Freunde. Bis zum nächsten Part. Zum wahrscheinlich letzten Part. Tschau. Moment, das müssen wir schon hier machen. Tschau.